De-deactivated Von Blabla Und ich hoffe, ich hoffe, ich habe jetzt Ich hoffe, ich habe jetzt da alles richtig gemacht Und Ah, Mensch, das ist so laut hier Ich hoffe, ich hoffe, wir haben jetzt da alles richtig Also ich, ich habe, also die Konsuela und ich Wir haben jetzt da alles richtig gemacht Weil Jetzt habe ich zu dem Sokolov zurück Und jetzt habe ich auch mal auf das Ding umgeschaltet Falls wir da noch was finden können Vielleicht können wir da noch was abgreifen Nee, da Irgendwie Sind die jetzt böse alle, oder wie? Da Was da nicht irgendwas kommt Wer hat doch das noch Ah, da schon her Alles haben wir Komm her Aha, Knochenartefakt Gut, das haben wir Da, oh, da ist sie Hune Mal schauen Vielleicht kriegen wir die auch noch Oh, weia Da oben noch Komm Hune Naja, Hune war ich eigentlich Oh, nee, wie soll ich da reinkommen? Äh, nee Ach, da jetzt warten Na gut, warte, da müssen wir Kann ich da raufspringen? Oh, nee Warte, Moment Weitreichen Hoppla Kann ich da jetzt Hä Wie, äh Wo ist jetzt die Dreckshinde? Ach, da Wo ist jetzt noch ein Ein Ding haben wir noch Oh, nee, da drin Ach, warte Ja, ja Warte Kann ich da Raufspringen? Warte Äh, ja Gehen wir mal da rauf Geht das Hoppla Da rauf Aha Warte Jetzt brauche ich jetzt wieder das Herz Ah, da Nee, schau her Kriege ich jetzt tatsächlich alles noch hier Wahnsinn Oh, kräftige Lunge Ah, nee Das ist wieder für Tauchen Oder so Komm Aha Jetzt haben wir aber alles hier Oder wie? Nee Da ist immer noch eins Zwei Schwarze Jetzt komme ich nicht mehr runter Schwarze Noch eins Warte Oh, nee Gehen wir da Hoppla Hoppla Mal schauen Vielleicht gehen wir das Sogar auch noch Dann hätten wir hier alles Oder? Weil ja Ach, komm Wie soll denn das sein? Da Au, nee Das kann man nicht Kann man dann Nicht durch Warte Wie soll ich denn da hinkommen? 14 Meter Ah Wie komme ich denn da hin? Scheiben Klar ist der Warte Ach, komm Wie soll ich denn da hin? Oh, nee Nee Ah, warte Oder auch vielleicht Ah Vielleicht hier rum Vielleicht fällt es ja Keinem auf Aber es hat sich verändert Ah, da Nee Zum Besseren Ah, ja Irgendwas Ah, nee Wie komme ich denn jetzt Da? Ah Ach, das ist Blei der Drecks Oder? Nee Warte mal Ich hätte auch Bei dem Schwarzen Ach, bin ich jetzt Nicht schon wieder Beim Warte Moment Beim Boot Oder so Schwarze Ja, komm Nimm's Oh Jetzt haben wir aber alles hier Oder wie? Nee Sag nicht, dass wir Oh, schicker Propeller Jetzt haben wir alles hier, oder? Komm, nix mehr Jetzt komme ich nicht mehr raus Oh, nee Sonst ist da nix mehr Oder wie? Komm, was soll ich mit dem Ding? Sag jetzt nicht, dass ich da sowieso hin müsste Warte Warte Jetzt brauchen wir Da Ah, tatsächlich Nee Da müsste ich sowieso hin Wo geht's denn da hin? Ah, nee Ach, da Na gut Na gut Freunde Dann wollen wir hier gar nicht lang rummachen Sondern Verspeicherung Haben wir hier alles eingesammelt Wahnsinn Und dann Gehen wir gleich Weiter Nach einer kurzen Kaffeepause Oder auch nicht Da ist sonst nix mehr Oder wie? Nee, was ist denn da sonst noch? Wahnsinn Was sagt eigentlich mein Ding? Jetzt trifft dich mit deinen Verbündungen Oder? Na, da macht man das doch Hallöle Die Megan Gehren wir zur Dreadful Whale zurück Megan Foster Reden Können wir los? Der Staub macht meine Kehle ganz trocken Mhm 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 Ja, wir können zurück zum Schiff Wahnsinn Ja Ich konnte Paolo und Byrne umgehen Und ich war in Stiltons Haus Ja Gehen wir Gehen wir Ach, die Consuela Die ist so lieb Oh, 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 oh Oh, schau her Ich war voll im grünen Bereich Nicht tödlich Äh, ja Aber, äh Naja, gut Aber Angriff Naja Schleichen Äh, äh Was haben wir denn? Zivilisten getötet Null Gegner Insgesamt getötet Leichen entdeckt Entdeckungen Bla, bla Geister auf nie entdeckt Ach komm, was soll denn das? Das will doch keiner Was soll denn das? Äh, für einen Vorteil Haben wir da? Keine Ahnung Runen haben wir Ja, äh, was? Plus drei Ach komm Gemälde gar keins Baupläne Haben wir auch keinen Oder wie? Null von eins Ach, das Ja, nee Ach komm Zeit manipuliert Um den Balkon zu So schön Ah ja Es ist doch Drecks egal Jetzt komm Herzog Luca Abele Hat den alten Palast von Kanaka abgerissen Und einen neuen gebaut Aha Ein Denkmal für sein Ego Die alte Seite Ob er damit rechnet oder nicht Ich werde ihn für alle Seine Taten büßen lassen Schade Voll modernhaft Ich zeige ihm, was passiert Wenn man zum Verräter Am Kaiserreich wird Nach der heutigen Nacht Ist der Herzog Entweder tot Oder abgesetzt Je nachdem wie die Sache ausgeht Und was immer danach Aus Serkonos wird Ist sein Fehler Nicht meiner Ich muss da rein Den Herzog ausschalten Und Delilahs Seele stehlen Die Consuela Das ist so eine Liebe, Nette Oh, nee Also, das schaut ja Voll modern aus Da, die Die Bude von dem Idioten da Ach, jetzt sind wir Wieder bei der Spürst du es? Oh, nee Oh, nee Das darfst du nicht Ich brauche dich Und nicht Ich bin schon zu lange hier Finde Delilahs Geist Fang sie in diesem Käfig Aus tomtem Fleisch Befreie mich Ich verstehe nicht Es ist schon bald Sagenhaft Ja, ich verstehe auch nichts Aber Kehr zum Beispiel Zurück Achso Ja Dreadful Well Besprich dich Ja Sonst geht es immer da raus Das haben wir schon Das Käsebuch, oder? Jetzt müssen wir wieder Ein Tagebuch schreiben Glaube ich, oder? Wahnsinn Das Spiel Das ist ja Wahnsinn Was ist denn jetzt mit Knochenartefakten? Ach komm Schei Drauf Gut Freunde Äh And now Achso Gehen wir wieder raus Da wieder reiten, oder? Oder auch nicht Ne, das ist wieder oben Oder wie? Äh 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 Huch Oh ne Jetzt ist Nacht Oder wie? Nacht Oh 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 Jetzt haben die da die Klappe Offen Ich muss sich da noch mal runter Ich hoffe Immer dass Luca erwachsen wird Mäuse Oder wie? Jetzt haben die die Klappe Offen Na gut Dann gehen wir da hin, oder? Er konnte immer Immer auf Dunwalls Geld und Marine bauen Ohne die hätte er vielleicht Respekt vor den Bewohnern von Sir Cornus entwickelt Die Angst vor dem Richtblock war schon für so manchen Ach komm, jetzt kann ich da wieder Ne, scheiße Da rennen bestimmt wieder Sehr motivierend Bestimmt wieder so Dinger rum Wenn der Herzog fällt, können wir hier ja was besseres aufbauen Etwas, das repräsentative und Integrativer ist Aha Ja Fertig So Jetzt muss ich Muss ich mit dem auch noch quatschen Da noch nicht Oh weiher Scheiße Ne Jetzt muss ich mit dem Ja Ich bin in einem Dutzend Schlössern und hundert Anwesen gewesen Sie sind alle gleich Der Palast des Herzogs kann nicht schlimmer als Lady Brisbees Kaffeekränzchen sein Na hallo Reinzukommen sollte nicht schwer sein Ja Der Herzog hat seinen Laden nicht im Griff Herzog Abele zu töten ist nur Teil des Rätsels Sie müssen auch noch das finden, was er für Delilah aufbewahrt Oh weiher Sie haben kaum erzählt, was Sie im Staubbezirk herausgefunden haben Was in Ordnung ist Ja Die Welt braucht Geheimnisse Ja Aber sobald Sie im Großpalast sind, kann alles, was Sie tun, Einfluss auf Karnakas Zukunft Na das denke ich mal Ja Ich habe eine Karte vom Großpalast für Sie und ich weiß etwas, das nützlich sein könnte Es gibt einen versteckten Hebel in der Vorratskammer, der einen Zugang zum Tresor des Herzogs öffnet Wenn er was Wertvolles für Delilah aufbewahrt, dann bestimmt dort gute Jagd Der Herzog hat allen Respekt verspielt, den ich für seine Position hatte Er wird für seine Rolle in Delilahs Staatsstreich bezahlen Die Konsuela Ich liebe die Konsuela Ähm Gott Das hat man schon, gell Achso Komm War ja Was Sieben ist der Hebel Ne Treppe Ach da muss ich rein Oh komm Eszimmer Thronsaal Herzog Privat Blabla Aufzug Komm Ach du Scheiße Da muss ich jetzt Oh ne Schauen wir uns die Gegend an Wahnsinn Schau her Unglaublich Sonst habe ich da nichts mehr Oder wie Oh ne Na gut Kann ja nicht so schwer sein Dann gehen wir da einfach hin Oder Mit der lieben Megan Foster Genau Hat die jetzt zwei Arme Die hat doch vorher nur ein Auge gehabt Hat sich die Und zwei Augen Hat sich die verbessert Jetzt Ist ihr alles nachgewachsen hier Das ist schick Dann gehen wir los Bereit für einen Besuch beim Herzog Na dann los geht's Sie sollten aufbrechen Hat die jetzt zwei Arme Die hat doch ein Auge gehabt Und ein Auge Na gut Wollen wir mal so hinnehmen Schicke Bude Jetzt kommen Garantiert wieder so Dämliche Roboter oder so Oh ne Ein Freund in der Wäscherei Hat gesagt Der Doppelgänger würde rauchen Vielleicht hilft das Vielleicht können sie mit ihm reden Er soll nett sein Doppelgänger Was für ein scheiß Job Ein Tyrann wie Herzog Luca Abele zu spielen Merkwürdig dass die Leute den Herzog akzeptieren Er hat eine Armee Kontrolliert die Bergwerke Und er hat die Hauptstadt im Rücken Oh oh Auf seinen Feiern teilen die Gäste das Land unter sich auf Und essen dabei Hummer Ich kenne solche Feiern aus Dunwall Voll Speichellecker die sich gegenseitig in den Rücken fallen Arme Kaiserin Ich habe diese Feiern vom Dach der ehemaligen Schlachterei gesehen Wo ich schlief Im überschwemmten Bezirk Ich weiß sie hatten es schwer Megan Ich bin oft verkleidet durch Dunwall gelaufen Aber wenn es mir zu viel wurde konnte ich immer zum Tower zurück Karnaca hat mir eine Perspektive gegeben Aha Gut Wenn sie den Herzog erledigt haben Finden sie was er für Delilah aufbewahrt Sobald sie es haben hole ich sie mit dem Beiboot ab Toll Ja meins ich merke mir das Komm Was gehen wir da rein Äh begib dich Also War schon Eliminiere Herzog Finde ein Mann 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 Finde ein Weg zum Großpalast Das kann noch nicht So schwer schein Nehmen wir unsere schicke Betäubungsknarre Oh 1001 Gut ich schenke mir jetzt mal den ganzen Käse mit den weiteren Sachen Sind die böse Oh weia Ja ich gehe einfach mal darauf kommt Na ja ein bisschen rumschauen Schicker Sonnenuntergang Bisschen rumschauen kann man ja Oh schau her Oh schicke Bude Oh schicker Sonnenuntergang Oder Aufgang Keine Ahnung Sag jetzt nicht dass ich hier wieder alles durchsuchen muss Oh ne Äh good from start to finish Äh 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 Finish Also das sind Finnen I am finish Ich bin Finne Oh 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 Wo ich da Oh naja Huch da steht einer Oh weia Jetzt muss ich Sind die alle böse wieder hier oder Oh weia Oh Oh Na gut Äh 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 Huch da steht einer Oh der ist böse Warte Ah scheiß jetzt habe ich wieder das falsche Muss ich mit der Maus ziehen Da kann ich es besser Äh Äh Ich gehe jetzt da einfach hinkommen Oder Geh da einfach hin Oh weia Jetzt kann ich wieder alles absuchen Oh da vorne sind viele böse Was gibt es da Oh Blutfliegen Blutfliegen Ach du kacke Dann gibt es da bestimmt was zu holen Wenn da Dämliche Viecher Ach komm wir gehen jetzt da rein Ich will jetzt nicht mal lang rum tun Huch da steht einer Huch da steht einer Jetzt nicht mehr Ah da ist ein Händler Komm da gehen wir hin Aber das wird mir wenig nützen Wahrscheinlich Da Komm Aber ich glaube ich habe keinen Plan mehr Und nichts Also Bauplan oder so Aber Schauen kann man ja mal Wo Da lang Oh 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 Au Ha Kommt wieder einer Wo ist denn der Dreckshändler Da ist die Lichtwand Oh weia Oh ne Wo ist denn der Idiot Scheiße Ach komm ich hau die alle weg Ich hab da keinen Bock mehr Wo ist denn der blöde Händler Au au Was ist jetzt kaputt Au 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 Ach kack Ein böses Was mit dem Böses Ding Irgendwie Sagen Ich will zu dem blöden Händler Da ist so eine böse Lampe Du sollst dich Du sollst schlafen Au Was ist denn da los Sag mal Böse Lampe Musste ich erst abschauen Ach komm Ah ne Böse Lampe Wie schalte ich denn die ab Da Au Da müsste ich Ah Mit Was ist jetzt hier Ah ne Ach komm Ach scheiße Was ist denn da los Ach die sind aber verdammt schnell Ach da Wo ist jetzt der Drecksender Ich krieg hier Flöhe Ist der da unten Da ist eine böse Lampe Winslow Wo ist denn jetzt der Händler Ich muss die blöde Lampe ausschalten Ach da Warte im Moment Äh Komm Warte mal Brandbolzen Das sind die Inferno Bolzen Oder Warte Kriegen wir das Zeug weg So Huch 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 Nicht dass ich mich selber da noch Ah ne Ja Da gibt es doch bestimmt irgendwas Da kommt Äh Äh Was ist denn das Hunden Oh ne Warum wissen wir Ach das Spiel macht mich fertig Ja jetzt sollten wir Ich muss da irgendwie durch Und da ist die Lichtwand da auch noch Ach scheiße Und da oben ist die Böse Lampe Ach komm Notfall Da muss ich rein Da ist aber auch noch so ein Lichtdingster Ach komm Äh 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 53 Meter Da oben ist die Böse Lampe Mensch das Spiel wird immer komplizierter Das Da kann man reingehen Gibt es da vielleicht irgendwas Na da jetzt gehen wir mal da rein Ah da ist noch ein Käse Äh Diese Stadt ist ein Ort sehr reich Aber nicht jeder kann mal fest Ach die Scheiße Ach die blödes blöde Zeug Einen Bauplan bräuchte ich noch vielleicht Oh da sind ein paar drin Ja Au Was ist bei denen kaputt Sind das böse Worte Wurscht Oh 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 Mensch Geh weg Was ist hier wieder am Start Oh ne Oh 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 Äh Habe ich die wieder für nichts Und wieder nichts Hier Geh Eingeschläfert Ne Komm Da muss doch irgendwas sein Chaos Ach komm Für was habe ich denn das jetzt wieder gemacht Das ist doch zum scheiße Schein Ne Für nichts und wieder nichts Für nichts und wieder nichts Ach Und dann ist wenigstens irgendwas Da Wo geht es denn dahin Nirgends Na gut Wir werden doch noch irgendwas finden hier Ah Ein Büchelein Och 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 Und sonst wieder nix hier Ah Da ist was Brief Das nutzt Was nutzt man Der ganze Käse immer Ich brauche eigentlich nur da hingehen Oder Oh Da jetzt Ah Da ist die böse Lampe Huhu Warte Aha Da muss ich jetzt irgendwie Die böse Lampe Warte Wenn ich jetzt da rüberspringen Ah Uhhh Ich bin jetzt da rüberspringen ein meter weiter ach da ist die böse lampe warte jetzt da können müsste da irgendwie da unten muss ich aha da und muss ich da es nicht überspringen kann ich nicht scheiße wie komme ich denn da hin ach du scheiße so noch eine ach komm diese lampe was du hier auch nichts ich werde doch da mal irgendein bauplatz oder so was war was ist da schickes blablabla wohnungszug war ja blablabla sicherheitswahl werden sie ein nachschlüssel in ihrem laden auf sie waren aha ja toll laden besitzer kacke wo ist jetzt der wieder ach scheiße ja toll 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 jetzt haben wir sowieso nur noch vier minuten zu spielen so eine mistkacke da ist sonst nix mehr ach komm ja da komme ich aber nicht durch weil wo ist denn der blöde laden weil da die böse lampe wie komme ich denn da rauf gar nicht scheiße ach komm wo gehen denn die ganzen drecks kabel hin oh da müsste ich da rauf da oben rauf oh scheiße ach da ja da bräuchte ich ein kabel das werkzeug fünf kabel werkzeug was habe ich jetzt abgeschaltet irgendwas ah das da den alarm da ist aber noch 30 da muss ich aber ja warte geh mal da hin da ist noch eine scheiße da müsste ich da oben noch ah komm da oben noch rauf da kommt wieder einer ne da kommen leute ach komm ja so viel kabel die brauche ich vielleicht noch für was anderes mensch mensch man das kabelwerkzeug gibt es da nicht noch irgendwas ah jetzt warte da ist einer jetzt gehen wir mal vielleicht gibt es hier was erdvolles ach nee jetzt müssen wir sowieso wieder aufhören gleich ach komm da komm rein hoppla genau ach komm oh nee aber ich muss bestimmt irgendwie da rauf oder so sag mal was passiert ist könnte alles sein ich muss da ist bestimmt irgendwas stechen stechen ach ach da ist die ah jetzt komme ich vielleicht da oben rauf warte moment das machen wir noch schnell sonst gibt es dann nichts mehr oder da können wir zumindest die lampe vielleicht abschalten dann laufen wir mal Leute rum wir müssen warte jetzt müssen wir äh raufhüpfen beng auu scheiße das war wieder ach kacke falsch uuuh weg weg ja scheiße mensch da raufhüpfen ah nee jetzt aber noch mal ha jetzt komm äh jetzt aber komm jetzt haben wir das so jetzt ist das ding kaputt oder na gut aha immerhin noch mal einen wieder einen weniger ja jetzt ist er noch oh blut blut wie ein scheiß jetzt muss ich da oben rauf noch warte moment äh das machen wir noch schnell gell brauchen wir den dingsbolzen beng ach komm du sollst richtig zielen jetzt jetzt können wir da rein hüpfen oder hoppla oh nee das ist noch mehr scheiße scheiße äh 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 scheiße jetzt kommt einer uh das ist ja krisch komm weg mit den kichern da ist bestimmt auch irgendwas los hier ja das könnte man mal wieder speichern oder hehehe weil wir sowieso aufhören müssen jetzt warte jetzt schauen wir doch schnell was hier im gange ist also da oben müssen wir auch noch rauf oh nee ist da kein bauplan mensch komm essen 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 ist da nix hier komm oh nee bauplan ich will einen bauplan da ist noch einer irgendwo oh nee oh nee oh nee äh äh ah scheiße da äh ah das ist wieder warte da die kriegen jetzt was auf die mütze ah komm ich brauch den ding da so jetzt aber was gibt's hier dann gibt's da nix drin hier komm ach kack ach na so ein brief da komm was frage ich einen brief brauch keinen brief oh nee für nicht ach 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 ne bolzen komm das bild wenigstens da habe ich das wieder für nichts und wieder nichts ist das silberbahn da schau her ah den kann man nehmen oder ah toll münzen na nee sonst haben wir da wieder mal nichts am starten jetzt schau naja gut vielleicht was ist denn da vielleicht kommen wir noch da rauf zu dem ding oh nee oh nee da ist sonst nix hier drin was ist denn das hier hängen ach kaum oh nee da ist doch wieder was muss ich da oben rauf scheiße wie komme ich denn da rauf warte komm äh oh nee naja zwei schritte weiter noch mal speicherung jetzt probieren wir das nochmal vielleicht komme ich da rauf was macht wenn ich da jetzt noch rauf gehe warte so jetzt passen wir jetzt na la la äh stürze ich gleich tierisch ab und warte 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 speichern da möchte ich rauf au schau oh nee komm ich jetzt da nicht rauf da komm warte 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 wie soll ich denn da rauf kommen oh nee ich will da rauf ach komm ich komm da nicht rauf oh nee komm komm da nicht auf die balustrade oder so komm komm oh nee bing jetzt aber jetzt sind wir da komm în PTSA Jetzt können wir gleich speichern, warte, äh, oh ne scheiße, jetzt muss ich da rauf, haben die hier nix, irgendwie, im Angebot, uh ne, warte, uh ne, 11 Meter, komm, was ist denn da drin, komm ich nicht mehr hin, ach, da hätte ich rauf, gehen auch, komm, ich gehe, auch können, jetzt muss ich da oben rauf, äh, das probieren wir jetzt so schnell, hoppla, wo bin ich, hoppla, zieh, bang, sieht das aus, oh, schick aus, na gut, hier speichern wir jetzt, gell, Freunde, da machen wir jetzt an dem, jetzt ist, jetzt ist das Ding aus, oh ne, super, jetzt können wir rein, oh ne, das hat sich jetzt auch mal gelohnt hier, die grunzen alle da unten, gut, Freunde, an diesem schicken Punkt wird gespeichert, und jetzt machen wir dann Päuschen, äh, danke fürs Zuschauen, hab mich sehr gefreut, dass du dabei warst, und wenn es sich auch, und dann watschen wir da unten rein, da in der nächsten Folge, gell, okay, äh, die liebe Consuela, die hier, und ich, der liebe Tom, wir sagen danke, und tschüss, bis zum nächsten Video. So, nochmal speichern, und weiterempfehlen, muss mich unbedingt weiterempfehlen, okay, also, tschüss, bis dann.